Savitri Asana ist die Stellung der Savitri, die Stellung auch der Gayatri, die manchmal Savitri bezeichnet wird. Savitri ist auch die Bezeichnung der Frau des Sonnengottes Surya. Savitri hat auch etwas mit Aufladen und Energie zu tun, so kann man auch sagen, es ist die energieerzeugende Stellung. Einige klassischen Texte erwähnen Savitri Asana, auch genannt Savitri Asana und ich folge jetzt dem, was Garote in seiner Enzyklopädie auf Traditional Asanas beschreibt und der Zusammenfassung mehrerer Texte. Beuge das rechte Bein und gib den rechten Fuß unter den Anus, du sitzt also praktisch auf dem Fuß. Dann gib die linke Ferse zum Perineum und gib die Zehen zwischen den rechten Oberschenkel und den rechten Unterschenkel. Gib dabei die Hände auf die Knie und sitze gerade. Das ist Savitri Asana, auch genannt Savitri Samadhi Asana. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.